Im Alltag lauern überall die unterschiedlichsten Gefahren. Leitern können umfallen, Spraydosen explodieren, Werkzeuge sich in tödliche Waffen verwandeln oder man erleidet einen Hirnschaden, weil man irgendein Gas einatmet und leidet fortan unter Konzentrationsschwäche und Vergesslichkeit. Deshalb kann man nicht oft und ausführlich genug vor den Gefahren von Haushaltsgegenständen warnen. Denn es wird immer wieder Idioten geben, die unbedingt herausfinden müssen, ob man 16-Dosen-Raumspray unbeschadet inhalieren kann. Richtig, Idioten wie uns. Das, was Sie hier sehen, meine Damen und Herren, sollten Sie nie, wirklich niemals daheim nachmachen. Dann haben Sie es hier einmal gesehen und dann ist gut. Ja, und damit Sie sich das merken können, heißt die Sendung genau so. Deshalb herzlich willkommen zu... Ja, hast du dir gemerkt? Das ist im ZDF, das weiß ich. Nicht nachmachen. Ja, genau, nicht nachmachen. Aber, was ich noch weiß, ist, Sie sehen Folgendes. Wir testen ein neues Kultgetränk. Ein im wahrsten Sinne des Wortes spannendes Experiment. Und frohes Neues. Kann man Raketen auch im Wohnzimmer starten? Wie, Galt? Wenn ich dich so sehe, habe ich das Gefühl, es gibt einen Grund, Angst zu haben. Ich habe eine unglaublich gute Erfindung gemacht. Ja, die Flamme in der Luft. Ja, nee, das ist jetzt ja nur die kleine Grundlage. Das kleine Einmaleins. Pass auf. Ja. Du kennst die Situation. Wir sind mit der Familie unterwegs, haben einen erstklassigen Picknickplatz gefunden. Wir wollen unbedingt grillen. Allerdings fehlt uns ein Grill. Wir haben keine Grillkohle. Wir haben Grillgut und 24 Haarspraydosen. Wir haben 24 Haarspraydosen. Das ist er, der Reformgrill. 24 Haarspraydosen. Oben ein Hula-Hoop-Reifen. Der ist mit einem Stein verbunden. Ziehe ich an der Schnur, fällt der Stein runter. Und die 24 Haarspraydosen sprühen alle in die Mitte. Dort ist eine Tortenfontäne. Genau. Und es entsteht eine Flamme. Da halten wir diese Würstchen hinein. Und dann wird gegrillt. Hast du Lust? Das klappt. Nee, das ist mir zu gefährdet. Ja, prima. Dann machen wir es mal. Okay. Auf geht's. Also, warte, stopp. Hast du eine Schutzbrille? Ich würde mal eine Schutzbrille machen. Nein, ich brauche keine Schutzbrille. Hast du schon mal beim Grillen jemanden gesehen? Deine Schutzbrille? Nein, natürlich nicht. Also, keine Schutzbrille? Nein. Gut, dann nehme ich deine noch dazu. So, ich nehme jetzt die Würstchen. Auch jetzt etwas aufgeregt. Das ist nämlich die große Premiere. So, Premiere. Bist du fertig? Moment. Alles klar? Okay. Gut. Ja. Ich löse aus. Ich habe die Schnur. Ja. Drei, zwei, eins. Wurst. Ja, es funktioniert. Wie geht's? Das geht was gut für uns. Das ist auch was gut für uns gebratet. Das ist gut. Hey, das ist doch keiner. Eingeladen. Haben Sie das? Aber, meine Damen und Herren, Sie waren nicht eingeladen. Absolut. Funktionstüchtig. Tolle Sache. Den können Sie jetzt doch bei mir bestellen. Der Reformgrill. Oder vielleicht doch besser, einfach nicht nachmachen. Habt ihr Grillgut dabei? Das hier ist mein Freund der Trinkwasserspudler und das hier ist eine gute Kanne Bohnenkaffee. Ich fülle das mal einfach hier um und derweil erzähle ich Ihnen was über die Latte Macchiatisierung der Gesellschaft. Vielleicht ist Ihnen das auch schon aufgefallen. An allen Ecken und Enden wird einem erzählt, dass ein Kaffee nur dann schmeckt, wenn er wirklich in einer ganz bestimmten Zubereitungsform dargereicht wird. Zum Beispiel als Latte Macchiato. Und einer hat als Kind nur Filterkaffee gekannt. Das hat sich sehr geändert. Und ich stelle vor diesem Hintergrund einfach mal ganz keck die revolutionäre Frage. Eventuell ist ja auch ein Trinkwassersprudler geeignet, um die Latte Macchiatisierung des Kaffees abzulösen durch eine Vertrinkwassersprudelung oder wie man so etwas denn nennen würde. Ich schraube das einmal ein hier. Das ist übrigens ein Gerät, das sehr viel günstiger ist als diese hochmodernen Kaffeemaschinen, die oft so viel kosten wie ein Ferrari und so kompliziert zu bedienen sind, wie ein Space Shuttle. Nehmen wir das mal. Ah! Ah! Ein origineller Geschmack auf jeden Fall, meine Damen und Herren. Ja, das ist die Krönung. So, die eine Schraube noch, dann bin ich soweit. Also, wie galt. Das ist die Kartoffelkanone. Ja, das ist die Munition. Das ist die Munition. Wunderbar, dann kann das so losgehen. Das ist doch jetzt genau so, wie das da in diesem Internet stand. Aber es ist verboten. Ich habe mich nochmal erkundigt. Also vom Waffengesetz her nicht zulässig. Darum nicht nachmachen. Das heißt, wir holen vorne ein großes Rohr und dann ein kleines Rohr. Und dann vorne findet eine verpuffende Verbrennung statt, die dann zu einem Druck führt, der das vorne wieder rausschießt. Genau. Das ist der Ladestock. Früher mal ein Wischbomb. Haben wir alles? Brennbares Gas. Nehmen wir mit. Sauerstoff, Munition. Ah! Darf ich schießen? Ja. Pass auf, ich mache, damit es einfacher wird. So, nachdem ich gesagt habe, ich schieße, nimmst du Rücksicht und machst das Ziel entsprechend größer. Das ist sehr lieb. Erst einmal wird geladen. Wir beginnen mal mit einer Zucchini. Du musst luftdicht abschießen. Ja, genau. Ja, so ist gut. So ist gut. So, Ladestock. Ich glaube, es ist sinnvoll, wenn man das hinten abschießt, also wenn man das nicht unbedingt so schießt, sondern so. Ach, in dem Rückstoß. In dem Rückstoß, genau. Okay. Ja. Bereit? Absolut. Nicht nachmachen. Sauerstoffverpuffung. Achtung! Feuer! Oh, das schöne Schiff. Jetzt ist es versenkt. Andererseits gutes Destructainment. Ja, das muss man sagen. Okay. Ja, warte mal. So, jetzt eine Aubergine. Oh. Gar nicht so geeignet, würde ich mal sagen. Doch. Drin? Gut. Okay, fertig? So, Achtung! Oh, ich habe schon wieder Puls 180. Drei, zwei, eins. Nee. Ich wollte schon fast schon fragen, aber irgendwas stimmt doch nicht, oder? Na gut, dass das noch viel hauen hat. Aber immer noch nicht wirklich nah am Ziel. Du musst auch mal zielen. Ja, aber das ist auch schwer. Das sind drei Meter. So, auf geht's. Das Komische mit so einem Gehörschutz ist, dass ich mir selber gar nicht zuhören kann. Was? Du, was moderierst du? Ich höre nichts. Achso, man muss es hier reinstopfen. Genau. Dann halte ich das bisschen das Loch. Hier. Okay. Ha! Du bist soweit? Ja. Okay. Drei, zwei, eins. Ja, gut. Volltreffer. Na siehste. Wunderbar. Hier. Ja, hätte man noch ein bisschen genauer. Auf hoher See, da kann man was erleben. Ja. Geht. Nicht nachmachen. Sex, Erotik, Sinnlichkeit. Was? Ich wollte nur sicher gehen, dass die Aufmerksamkeit des Publikums ungeteilt ist, wenn wir zu einer neuen Runde des Elektro-Cups kommen. Hat mit den genannten Begriffen im Grunde gar nichts zu tun. Richtig, denn wir wollen einfach nur herausfinden, ob Haushaltsgeräte nur für das geeignet sind, wofür sie verkauft werden oder ob noch mehr Fähigkeiten in ihnen stecken, von denen wir gar nichts wissen. Zum Beispiel so ein Waffeleisen. Kann man damit wirklich nur Waffeln herstellen oder eventuell auch ganz hervorragend Reis zubereiten? Ja. Und deshalb heute beim Elektro-Cup treten gegeneinander an das deutsche Waffeleisen, das Schweizer Raclette und der chinesische Leis-Topf. Ja, wir fangen an mit Waffeln. Ja, richtig. Das heißt, das Waffeleisen brauchen wir schon Aua, das brauchen wir nicht, also kommt das weg. Raclette, übernimmst du Raclette? Ich übernehme das Raclette. Das stellen wir in die Mitte. So, und nicht den Reiskoffer. Sehr wichtig ist natürlich, da bleiben wir korrekt beim Waffeln. Wir ölen natürlich grundsätzlich die Oberfläche ein. Das ist schon vorgeheizt. Ja, und das Besondere beim Raclette ist in diesem Fall natürlich, ich habe sowohl die Möglichkeit, hier oben eine Waffe zu testen, als auch hier im unteren Bereich. Danke. Bitteschön. Ich mache das auch hier. Ah, auch schon hier etwas vorgewärmt. So, Achtung, erstmal hier. So, und? Hier. Optisch ansprechend, auf jeden Fall ist da so ein Gerinnungseffekt. Ja. Ich mache das mal extra dünn, weil ich den Eindruck habe, dass im Reiskocher die Wärmeentwicklung nicht wirklich groß genug ist, oder? Also noch tut sie... Ah, ich muss einschalten. Entschuldigung. Ah, okay. Also das sieht schon mal sehr gut aus, das lasse ich direkt mal hier an der Seite stehen. Mit diesem Spezial-Löffel. Wir haben natürlich das Problem, dass wir hier nur eine einseitige Garung haben. Du weißt doch was, ich bin fertig. Ich bin auf jeden Fall schon mal Erster. Nee. Das ist jetzt natürlich keine klassische Waffel, sondern mehr so eine Art Crepe. Eine Waffel ist schon mal fertig. Ja. Zwei sind fertig. Und wenn man die jetzt schon mal direkt im Vergleich sieht, muss man schon sagen, dass dieses Krosse hier bei dem Raclette... Das macht das natürlich schon sehr waffelig. Ja. Ja. Mh. Mh. Lecker. Also das ist eine klassische Waffel. Eine klassische Waffel. Und wenn man das Prototyp-Objekt nehmen, dann ist das der Sieger. Fassen wir zusammen. Gewonnen hat in dieser Runde das Raclette. Drei Faktoren spielen dabei eine Rolle. Okay. Ich sage die ersten beiden. Und zwar die Optik, es ist ein Muster zu erkennen, es ist ein bisschen braun und es knackt ein wenig. Und das dritte war, schmeckt einfach wie eine Waffel. Wir befinden uns hier im 21. Jahrhundert. Die Menschen reisen in den Weltraum, sie fliegen von Kontinent zu Kontinent und Handlungen, die man früher mit seinen bloßen Händen durchführen musste. Das erledigen heute Maschinen. Bernhard, komm endlich zum Punkt. Wir wollen jetzt endlich zur Sache kommen. Oh ja. Noch ein Satz, noch ein Satz. Zum Beispiel Zimmer streichen. Ja, normalerweise dauert das Stunden. Aber wir haben uns eine Möglichkeit überlegt, wie man ein Zimmer in, ich sage mal, einer Sekunde komplett gestrichen bekommt. Es ist nicht mal eine Sekunde. Wir sind nicht ganz sicher, ob es geht. Aber wir haben einen Fachmann dabei, der sagt, der uns hilft. Und das ist Tügi. Raus mit dir. Guten Tag. Guten Tag. Wir haben Farbe. Was hast du? Ich habe den Rest. Ein Zündgerät. Ah. Verlängerungskabel. Ja. Eine Flasche mit elektrischem Zünder drin. Und Schwarzpulver. Und wie kriegen wir jetzt die Farbe an die Wand? Ganz einfach. Schwarzpulver in die kleine Flasche. Kleine Flasche hängen wir hier auf. Außenrum hängen wir ein paar Tüten mit Farbe. Dann sprengen wir das Ganze durch. Durch den Druck wird die Farbe überall rundherum an der Wand verteilt. Das Schwarzpulver ist übrigens wirklich schwarz. Ja. Was machen wir in der Pflanze? So. Wir kleben die einfach ab. Ja. Gut. Okay. Ich glaube, das reicht so. Und dann das hier so in einer Höhe. Verstehe. Dann kommt Wasser. Du glümst das Kabel mit raus, dann geh ich schon mal hier zur Pflanze. Nee, das machen wir einfach komplett hoch. Ach so. Dann kann man das am Ende wieder abrollen im Stück. Und dann ist das, liebe Tier, genauso grün wie vorher. Ich würde gerne auch noch lustige Sachen währenddessen erzählen. Aber ich bin ja so gar nicht multipassig wie ich. Ich kann jetzt nur kleben. Die reine Kreisbewegung. So. Das ist gut. Du hast die richtige Größe zum Knoten dort. Ich freu mich schon so. Ein bisschen wie Weihnachten kurz vor der Bescherung. Hast du noch besser? Und jetzt? Ich freu mich. Ich guck mir was aus. Okay. Es geht los. Auf geht's. Stopp. Wer will den roten, wer will den gelben? Ich den roten. Gut. Alles klar. So. Auf geht's. Achtung. Drei. Zwo. Eins. Ja. Komm rein. Super. Komm, wir gehen mal rein. Ah. Oh. Hey. Halla die. Oh ja. Wir können die aussehen. Alles klar. Ja. Experiment gelungen. Wenn mich mal jemand fragt, Bernhard, was würdest du mitnehmen auf einer einsamen Insel? Dann würde ich sagen, die Geschirrspülmaschine. Ich finde, das ist die wichtigste und beste Erfindung, die die Menschheit jemals gemacht hat. Der Mensch, der das erfunden hat, der gehört gekrönt, beschenkt, bejubelt. Und dabei ist das Funktionsprinzip so unglaublich einfach. Hier kommt Pulver rein und da kommt Wasser raus. Und schon hat man seine Spülpampe. Und das Verfahren entspricht exakt dem eines alleinstehenden Single-Haushaltes. Wenn man sich eine Suppe zubereitet, dann hat man auch warmes Wasser und Pulver. Und da stellt sich für mich natürlich die Frage, ist es möglich, mit einer handelsüblichen Geschirrspülmaschine Suppe zu kochen? Die einfachste Möglichkeit, das rauszufinden, ob das funktioniert, ist, man macht es. Hier haben wir zwei Teller. Hier haben wir die Anrichte sozusagen für das Ganze. Das ist die Systematik zum Anrichten von zwei Tellern. Dann natürlich noch die Löffel drauf, damit man sofort loslegen kann. Und was schmeckt zur Tomatensuppe immer besonders? Ein Ei. Jetzt reinfahren und uns fehlt natürlich noch die Suppe. Also das Pulver ganz vorsichtig hier ins Fach rein. Und starten! So, ich glaube das reicht, die Suppe müsste fertig sein. Mhhh. 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 Wow, das ist super. Total lecker. Das schmeckt gut. Und jetzt bin ich gespannt, was das Ei macht, ob das auch schön durch ist. Ich bin... Nein. Das mit dem Ei hat nicht so funktioniert, wie ich mir das dachte, aber das Auge ist ja mit. Und deshalb habe ich natürlich noch Petersilie mitgebracht. Und jetzt mache ich dem Wiegalt eine Freude. Jetzt beschäftigen wir uns mit Elektrizität, genauer gesagt mit Weidezäunen. Hier so ein Elektrozaun, den verwendet man ja normalerweise, um eine Weide einzuhegen, damit zum Beispiel Rinder oder Pferden klar gemacht wird, dass sie die Weide nicht verlassen sollen. Und schon so mancher alkoholisierte Herr hat sein blaues Wunder erlebt, als er abends aus der Kneipe kam, um sich dann auf dem Nachhauseweg an einem solchen Elektrozaun zu erleichtern. Ja, die schönsten Erinnerungen sind die eigenen. Dabei ist das Prinzip total einfach. Der Strom wird hier in diesem Impulsgeber erzeugt, fließt durch dieses rote Kabel in den Zaun. Und wenn jetzt jemand diesen Zaun berührt, fließt der Strom durch den Körper, durch die Erde, durch diesen Erdnagel zurück in das Gerät. Der Stromkreis ist geschlossen und ja, es wird getwappelt. Eingewischt. Vielleicht sollten wir das einmal vormachen. Was meinst du? Gute Idee. Gute Idee. Pass doch mal an. Nee, nicht bescheuert. Pass du mal an. Nein, nein, nein. Für demütigend, erniedrigende, schmerzhafte Tätigkeiten bin ich hier zu schlecht bezahlt. Unterbezahlt. Demütigend, erniedrigend. Schmerzhaft. Ich weiß, wer das machen könnte. Praktikant! Kaffee? Nee, jetzt nicht. Zieh mal Schuhe aus und fass den Draht an. Leute, ich bin nicht bescheuert. Ja, aber du bist Praktikant. Los, fass an. Team freut sich schon. Das, das... Hey, anfassen. Mach nochmal. Ich bin nicht bescheuert. Die haben mir gesagt, wenn man das so anfasst, ist es nicht so schlimm. Okay. Ich bin nicht bescheuert. Ich bin nicht bescheuert. Oh, fuck. Dollar zudrücken. Du musst Dollar zudrücken. Wenn du Dollar zudrückst, tut's weniger weh, sagt dir jemand aus dem Team. Und pack mich nicht an. Was man hier eindeutig sieht, geh mal ran, allein fürs Bild, für den Anschluss musst du nur noch einmal berühren. Was man hier eindeutig sieht, ist, dadurch, dass er keine Schuhe anhat, ist der Kontakt zum Boden völlig da. Deshalb fließt der Strom besonders gut und deshalb macht er folgendes Geräusch beim Anfassen. Pass mal auf. Jetzt wird's aber ganz anders, wenn man eine Isomatte unter den Praktikanten legt. Mach mal auf. Stell dich mal drauf. Pass mal an. Passiert nichts. Weißt du, warum die Isomatte Isomatte heißt? Die isoliert. Darum kann der Strom nicht abfließen und dem Praktikanten passiert nichts. Ich hab auch Namen. Jetzt nicht reden. Ruhig. So, das Besondere ist, dass dieses Gerät hier jetzt aber nicht ständig einen konstanten Strom anlegt, sondern immer nur in Impulsen, Intervallen eine Spannung erzeugt. Das heißt, jedes Mal, wenn hier dieses grüne Lämpchen leuchtet, liegt Strom an. Und wenn du dann in der Luft wärst, würdest du gar nichts spüren. Und das heißt, durch regelmäßiges Springen könnte nichts passieren. Das üben wir mal. Immer wenn ich jetzt sage oder hopp sage, dann hüpst du einfach hoch. Und hopp. 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 Wie egal, du. Hopp. Dann nehm ich jetzt die Isomatte weg. Achtung. Hopp. Ich glaube, wir müssen noch am Timing arbeiten. Jetzt reiß dich zusammen, du willst den Job, oder? Ja. Zur Fortführung unseres Experiments bräuchten wir ein paar Experimentsteilnehmer mehr. Freiwillige, wer hat denn gerade nichts zu tun am Set? Wer ist entbehrlich? Hallo. Du? Okay, hier der Tonassi nehmen wir. Mit der Klappe. Dann nehmen wir hier den Klappenmann. Genau. Und Sie, wer sind Sie? Hallo, Telefon. Der Schwager vom Produzent. Sie auch bitte. Komm, machen Sie mit. Einmal rüber. Sehr gut. Ihr habt jetzt alle keine Schuhe an. Jetzt müsst ihr euch nur noch an die Hand nehmen, dass ihr miteinander verbunden seid. Genau. Und derjenige, der jetzt am nächsten am Zaun steht, der fasst dann an. Genau. Ja, richtig. Das wäre dann ein Stichwort gewesen. Lustig. Also das Prinzip ist eigentlich so, dass er das meiste abbekommen hat, weil der Strom, der aus diesem Draht kommt, sowohl aus seinem Körper in den Boden als auch zum Nachbarn übergeht. Hier kommt also schon viel, viel weniger an. Und so geht das immer weiter. Und der am Ende hat eigentlich gar nichts mehr gespürt, oder? Nein. Aber jetzt variieren wir das noch einmal. Genau. Und zwar stellst du dich auf eine Isomatte. Und du? Du ebenso. Und du? Aber du bekommst keine Isomatte. Und jetzt fasst ihr euch alle wieder an den Händen. Und du fasst wieder am Zaun. Mach! Du willst auch mal hier stehen. So. Achtung! Wie geil, guck hin! Ja, das interessiert mich auch, was jetzt passiert. Dadurch, dass ihr alle auf... Was denn? Halb so wild. Dadurch, dass ihr alle auf Isomatten steht, kann der Strom nicht abfließen, wird komplett durchgeleitet. Und der Strom wird zwischen euch vielen gerecht geteilt. So. Deshalb ist es total nett, wenn auch du eine Isomatte bekommst. Da könnt ihr euch alle da drauf stellen. So. Und wenn ihr euch jetzt wieder anfasst... Wird anfassen und ihr merkt nichts. Alle vier stehen jetzt auf Isoliermatten und daher kann niemand einen Schlag bekommen, da ja kein Strom in die Erde eindringen kann. Herzlichen Dank für eure Mitarbeit. Fand ich sehr mutig von euch. Voll. Tschüss. Ah! Scheiße! Manche lernen es nie. So mal, kann ich jetzt einen Kaffee haben? Ich heiße Wiegald. Ich bin Herr Bernhard. Tschin, tschin. Tschin, tschin. Auf die neue Sendung. Im deutschen Fernsehen. In einem deutschen Wohnzimmer. Toll. Wahnsinn. Das feiert man mit Sekt und? Und? Feuerwerk. Aber... Wieso? Bis dann? Ach so, nur im Freien verwenden. Weißt du, was ich mich frage? Was ist eigentlich, wenn dieser Text nur im Freien verwenden völlig abgekratzt ist und man das überhaupt nicht lesen kann? Oder wenn man ganz einfach zu faul ist raus zu gehen oder auf den Balkon? Ja, oder man hat gar keinen Balkon. Gibt's auch. Was macht man dann? Da muss man es drin machen. Wir fangen mal klein an. Hier, pass auf. Hier, Schutzbullet. Feuerzeug habe ich. Ready? Oh, gleich zu zweit. Entschuldigung, wir sind ja auch zu zweit. Achtung! Pass auf! Oh, warte mal, ich muss nach vorne gucken. Ja, gut, der Brandfleck jetzt, den finde ich ganz in Ordnung, aber sonst... Gut, aber der geht ja im Muster total verloren. Etwas enttäuschend. Das geht noch besser. Vielleicht, wenn man... Pass auf! Da sind noch die Reste vom Silvesterfeuerwerk. Hurra! Verdammt! Die Batterie, das sind übrigens 30 Einzelgeschosse, sind speziell hergestellt um... Ein Höhen... Höhenfeuerwerk. Ein Höhenfeuerwerk, was 50 Meter hoch mit einer Treibladung, die nachher dann leuchtende Magnesiumteile schießt. 50 Meter ist etwa, ich sag mal so, zehnmal das, was wir hier zur Verfügung haben. So! Dann haben wir es jetzt, oder? Wollen wir? Okay, pass auf, warte. Hier, Zündschnur. Stopp, stopp, warte. Sicherheit geht vor. Achso, ja! Schrank zumachen, damit es reinfliegt. Nein, nein. Das Schiff. Das Schiff, Alter! So, jetzt aber. Okay. Ah! Oh! Huhu! Tür zu. Hast du jetzt auch so ein Herzklopfen? Ja, ja, das macht so. Ich glaube auch, wir sind alle noch ein bisschen pyromanisch. Ah! 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 Okay, atmen. Oh, Hilfe! Also, wenn Ihnen das Leben Ihrer Nachbarn, Ihrer Lieben und Ihres Esszimmerstuhls egal ist, machen Sie das einfach nach. Ach, das ist... Entschuldigen Sie, tut mir leid. Wir machen gerade Fernsehen. Können Sie bitte wieder gehen? Das ist ganz wichtig, dass wir hier gerade arbeiten können. Ja, wenn nicht, dann ganz wichtig. Nicht nachmachen. Hallo, seid ihr noch da? Vielleicht könnt ihr doch machen. Vielleicht könnt ihr doch. Vielleicht könnt ihr doch da rein. Noch ein bisschen, bisschen löschen. Eigentlich heißt unsere Sendung ja nicht nachmachen. Aber wir haben uns ausnahmsweise mal was ausgedacht. Das dürfen Sie nachmachen. Nämlich das hier. Ja. Deshalb sagen wir Tschüss. Bis zum nächsten Mal. Und tun Sie nichts, was wir tun würden. Außer winken jetzt. Ja, ja, ja. Wird anfassen und ihr merkt nichts. Voll gemacht. Ich kann das nicht. Warum kannst du das nicht? Pass mal an. Ja, natürlich. Drei, zwei, eins. Wo ist es? Ja, das war vergangen! Ja, ich bin schon hier. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR